Ja, wir werden mal einen anderen jetzt erhalten. Andere Volk erhalten, jetzt bei allen. Guck mal doch mal. Vulcano, eins, zwei, drei, vier, vier Stück viel noch. Vulcano wird erzornig flabiert, er feint als erfreund. Sobald er sich selbst versenkt, kommt er wieder zu sich und bedauert seine Tat jedes Mal. Okay. Vulcanoids absorbieren. Oh, das ist gut zu wissen. Wenn ich jetzt hier verlässe, müsste er doch nochmal abdauen. Ich weiß ja jetzt, woher bin ich jetzt hier gekommen eigentlich. Oh, ziemlich viele Ferries wurden weggeschickt. In andere Reiche, wie dieses, einzugreifen ist keine Lapeuge. Wir haben so Komma vergessen. Oder des Ferri-Reiches, warum kommen sie her? Wesen von Gewalt, die er macht. Wir herrschen bis ein Tierbewohner einer Unterwelt. Der Herr der Ferries gehört dazu, er war derjenige, der einen in die Unterwelt eingeladen hat. Ist der Typ seit dem Sonntag, was ist an ihr so besonders? Eine Frage nach der anderen. Was plant der Herr der Ferries? Der Herr der Ferries will die Unterwelt verändern. Für die Ferries ist die Unterwelt nicht wie sie sein sollte. Aha, erstaunlich, fortschrittlich für ein traditionelles Reich. Sie halten nur an einem früheren Zeitalter fest. Mehr nicht. Was ist an ihr so besonders? Wie steht Anne mit ihnen in Verbindung? Bewohner der Unterwelt können sich nicht frei zwischen den Reichen bewegen. Offenbar hat der Herr der Ferries Anne mit einem Zauber verlegt. Dieser öffnet den Weg in jene Unterwelt, in der Anne ist. Anne ist also eine Unterwelt-Spurensucherin für alle Ferries, oder? Genug jetzt. Sprich mit den Toten, um dein sogenanntes Rätsel zu lösen. Das halte ich auch vor. Okay, geh weiter, wenn du die Folklore sehen willst. Gut, dann würde ich sagen, wir speichern dich ja mal ab. Ja, super. Da, speichern. So, wie ihr seht, wenn ich das aufnehme, So, da sind wir die Brüder mit das. Äh, ja. Über die Brücke, ne, da kommt mal wer zurück. Über die Brücke kommt ein neues Tor. Da kann ich abspeichern. Ja, ist noch einer. Ha. Es ist seltsam, dass die Ferries in Vakadia herumspazieren, als würden ihnen der Ort gehören. Äh, macht ihr das nicht auch? Hört doch bestimmt nicht her, oder? Okay, da kann ich mal fragen. Dir zu helfen ist nicht leicht. Möchtest du irgendetwas wissen? Ultimative Schild und Speer. Der ultimative Schild wird nur vor dem ultimativen Speer erscheinen. Verstehst du? Aha. Auf Befehl des Herrn der Ferries drömen Ferrieserellen, darunter acht Wurre der Ferryritter. Ich glaube, den haben wir schon mal gesehen. Sie sollen einen schützen. Du wirst Glück brauchen. Geht's. Maschinensoldaten. Die Maschinensoldaten sind unfassbar widerstandsfähig. Sie sind schwer zu bewältigen. Nimm dir zuerst die Rüstung vor. Kammerfreisetzen, Teil 2. Bestimmte Bedingungen machen dir Volks, die du benutzt, stärker. Zum Beispiel machen Gegenstände. Manche Gegenstände. Okay. Das haben wir ja schon rausgeguckt. Ironischerweise wurden sie durch die langen gegenseitigen Kämpfe zu Volks. Wir müssen aufpassen. Äh, verstehe ich das jetzt richtig? Wenn die lange genug kämpfen, dann werden sie zu Volks. Juhu. Unser liebliches Ort hier mal, ja. Gehen wir mal rein. Go und gucken. Müsstest du eigentlich... Oh. Ein grüner Kristall. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken... Alter. Da. Und zwar die Sortierung ändern. Und müssen mal gucken. Heap. Wache Barriere. Ob wir einen haben. Mö. Erde. Mö. Kein Element. Heap ist gelb. Wache Barriere ist so grünlich. Ich probier's mal. Es kann sein auch, dass ich da... ...neben liege. Ja. Ich liege daneben. Okay. Dann muss man uns erstmal einen besorgen, der dies behascht. Okay. Dann suchen wir mal hier rum. Ne, halt. Wir wollen uns... ...erst mal nochmal ändern. Also. Ferryreich. Äh. Ich nehm mal den auf die Taste. Was? Könnte ich schauen. Halt. 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 Vor. Da seh ich ja jetzt erst. Ach, der hat ein Gesicht. Aha. Da wollen wir. Ja, will ich drüber. So, und dann kommt man nämlich in ein neues Bereich. Auf. Mist. Äh. Okay. Blöd. Kann ich da hinbeziehen jetzt? Ja. Auf. Also so geht das nicht. Äh. Äh, 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 hawk neufangen, das ist natürlich blöd, jetzt so. Tja, dann müssen wir den erst mal stehen lassen, denn wir brauchen erst mal, äh, äh, noch welche. Wir brauchen erst mal einen, äh, äh, gegen die. Aber, Dagegen die bestehen können, das Problem ist, aber. Oh, ne. Ich weiß nicht, wen ich da brauche. Ähm. Die sind noch für mich tabu, das ist aber eigentlich auch blödsinnig, dass die für mich noch tabu sind. Ich brauche erst einen, wo ich dann gegen den antreten konnte. Hm. Das ist ja blöd, jetzt. Ach. Doch so ein Vulkan. Oh, aua. Jöko. So. Du saß den klein, den klein Pop, ja. Entschattet. Sonst stört er mich nämlich hier, wenn ich gegen den da antreten. Ja, oh ey. Au. Na, ich komm doch nicht mal weg hier. Au. So. Au. Ach, komm. Au. 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 Noch einen vergessen, ja. Au. Ja. So. So. Aber nix, 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 nix. Na, komm. So. Wirklich nicht schlecht. Ah, jetzt habe ich Bumbeer. Echa. Das ist doch nur schon mal was. So. Gucken wir mal. Bumbeer. Gut. Wenn ich Bumbeer nehme. Ich sehe aber etwas gleich. Ja, okay. Bumbeer. Bumbeer. Ein Hochranier-Offizier, der gern zum Angriff ruft. Was sieht er? Wird's. So. Doch, wenn er selbst einmal in den Kamm einschneiden muss, ist er stark und mutig. Drei Bumbeer geht es absorbieren. Ach du jemals. Fünf Volkst mit Bumbeer besiegen. Ja, ja. Okay. Äh. Vulcano. Muss der doch so zu? Äh. Achso, der muss ich noch einmal besiegen. Äh. Baraka. Äh. Wo ist er denn jetzt? Uch. Ne. So. So. Ich muss doch gleich den Bumbeer auch noch besiegen mit irgendwen. Ach hier. Drei Bumbeers mit Hawk besiegen. Ach du jem. Ne. Jetzt kommen wir doch in den Let's Play gar nicht wochen. Ja. Drei Bumbeeren besiegen oder was weiß ich. Äh. Ich finde glaube ich doch wenn da gekommen. Ja. Ich bin von hier gekommen. Das heißt. Jetzt probieren wir es mal aus. So. Jetzt noch. Äh. Ach. Da lässt sich nicht besiegen. Noch hier. Ach. Ach. Das ist aber nicht so aus, als ob er sich jetzt besiegen lassen hat. Gut. Vielleicht haben wir den nächsten. Okay. Das verwenden wir uns noch zwei. Garterk. Garterk. Eine Kriegswaffe, die den Namen des Speers eines mythischen Hellen trägt. Aber wir haben eigentlich noch nicht gehört. Na gut. Schon wenn die Guerillias diese Waffen von Ferne hören, suchen sie das Weite. Garterk. Jetzt. Jetzt. Jetzt ob sie Bieren. Drei Stück. Und 15 Volkes mit Garterk besiegen. Also ich werde nicht so lange spielen. Ja. Äh. Um die alle zu besiegen. Gottes Willen. Naja. So. Au. Ich habe ihn hier aber voll abgestimmt. Ach ja. So. So. Na mal an. Jawoll. Äh. Wieso? Warte. Warte. Warte jetzt. Äh. Was ist jetzt los? Ja, danke. So, Bacadia Bild-Fansleiter 1. Ah, mal erhalten. Ach, das liegt mir kauf. Au. Okay, wo ist der Kleiner? was und was hier ist. So, jetzt nochmal den. So, ihr seht jetzt hier zwei Stück da oben noch. Äh, ja, einfach. So. Über den sieht man ja wirklich Karp. So. So.